Hi meine Freunde, mein Name ist Alexander Venekurov, ein Musiker, Musiklehrer-Indirigent aus Berlin. Das Instrument heißt Klassik-Safon. Hat Blatt, das ist der erste Safon. Ich spiele heute für Anfänger ohne Kenntnisse drei Melodie. Einfachen Melodie. Alle Leute können diese Melodie mit mir lernen. Diese Melodie beginnt von Ton C, D, E, F, G, A, B. Sehr interessant und Ton C. Ich spiele noch mal diese Tonleiter. Jetzt hören Sie das erste Lied. Ja, diese Lied hat bei G-Dur geschüttelt. Und jetzt kommt die nächste Melodie bei F-Dur geschüttelt. So, und D. noch zwei Liede. Der erste Lied muss ein Bonus sein. Der erste Lied ist sehr interessant. Nummer 3 hat auch F-Dur geschrieben. F-Dur hat ein B. Hören Sie. Und vierte Lied, der Bonus. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Natürlich, alle meine Schüler bekommen Noten mit Gristerbeeren. Jeden Ton muss Gristerbeeren schreiten und malen. Und wir lernen Tag zum Tag. Und zuerst kommt Tonleiter von C bis C. C, D, E, F, G, A, B und C. Das ist Tonleiter C-Dur mit B. Und normalerweise B kommt mit F-Dur. Und warum spielen wir C-Dur mit B? Das ist eine gute Frage. Wenn Sie wollen bei mir Unterricht haben, gucken Sie meine Interesseite www.glesen.de. Ich mache Online-Unterricht für Erwachsene ohne Erkenntnisse. Das ist Instrument Classic Saffon. Bis bald.